Ich habe dich. Die gleiche Mission wie schon. Dreimal. Ähm, nochmals. Eines Mal habe ich ein paar Dinge verändert, wir haben mehr Schutzrüstung, also die schwere Panzerung dabei. Ich habe eine andere Waffe, beim Einten habe ich die UMP aufgetaucht, ein Sturmgewehr. Okay, der wollte sich, glaube ich, genau entgeben. Hm? Hände auf deiner Hände, jetzt! Okay, der ist irgendwo rechts. Geh auf der Grund, jetzt! Lass deine Hände auf! Der zeigt, ob ich ein Gebäude drin habe. Hände auf deiner Hände, move! Deploy die Schild. Geh die Schild ab hier. Provide ... Let me see those hands! Hände auf deiner Hände! Hände auf deiner Hände! Hände auf deiner Hände! Tom kopiert alles. Geh auf deiner Hände! Ich glaube wahrscheinlich kam der hier raus vorher, in der anderen Runde. Dann habe ich vor, dass ich hier bin. Hände auf deiner Hände! Hände auf deiner Hände! Hände auf deiner Hände! Hände auf! Krich! Geh da! Geh da! Geh an dort! Geh an da! Geh an da! Geh an da! Es ist wirklich so unflüssig an gerade das Spiel. Der wollte gerade schießen. Ich habe das Kamin angesehen. Schlecht Idee. Ich habe die vergessen, die Container durchsuchen, aber ich glaube, das ist gerade... Ich habe das Kamin. Ich habe das Kamin. Die Polizei, ich habe das Kamin. 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 Das ist auf Kamin. Ich habe das Kamin. Ich glaube links ist genau eine Auf die Hände, jetzt! Gold! Move in and clear it with a Grenade Launcher Entretien to talk, bagging Swap Move! 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 Put your hands up! Hands up! Hands on your head! Move! Let me see those hands! Drop it! Nothing! Move! Open the door! Clear with things! I'm on it! Oh shit! Police! Hands up! Drop it and get down! Hands on your head! Got him! Turn around, keep your hands up! Oh shit! Get off him! Talk! We have one suspect in cover! Talk to him! Copy that! Train was incoming! Lightstick! Fall in behind me! I'm with you! I'm with you! Hands up! Drop to your knees! Hands up! Ich verstehe es nicht, es sieht so unflüssig aus, aber ich habe 100, über 100 FPS. Kind of weird. Hands up! Do it now! Get down! I wanna see hands! Hands up! Hands up! Do it now! Drop it! Put your hands up! Put your fucking hands up! Police! Don't move! Put your hands up! Drop your weapon now! Hands off! Drop it! Put your hands up! Open it, my left! Move and clear! Use the launcher! Get down on your knees! Hands up! Swap with me! Hands up now! Drop to your knees! Kupf. Get in the ground now! Good here. Police, get down! LSPD, don't move! Empty over here. No context. Clear. Move over there. All the way. Cuff him. In the way, James. Got him! Das ist bereit, zu gehen. Talk. Evidenten ist sicher. Talk reporting. Roger, Entry Team. Great work. Keep going. Get down on your knees! Get down on your knees! Restrain and... Oh my god! 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 Jumpskate des Todes! Keep your hands behind your back! Don't move! Evidenten ist gut to go! Wortwörtlich des Todes! Ah! Ah! Talk to Entry Team. Roger. Trailers inbound. Ah! Ah! Switch! Moving in! Ah! Ah! Hands up above your head! Ah! I got nothing here! Lock the door! Wait here! Okay, ich gehe da wieder hoch. Okay. Etafir Magazine noch. Hands up! Ich warte eigentlich nur bis hier oben irgendwann mal jemand ist. Kann ich mir nicht sagen, dass hier nie jemand ist. Kann ich mir nicht sagen, dass hier nie jemand ist. Ich gehe da prefer��. Okay, der ist dead! moves nach vorne zu reden z wir erst dann sind nach vorne blau. Ich seh den nicht. Blut hin, please mal hinkommen. So lebt er noch oder nicht? Ich seh da nix. Das eine Person ist safe. Daunable. Von wo? Das ist so wahrscheinlich da drinnen. Einer drinnen. Der Spalt ist leider so klein, dass man so wenig sieht. Es ist doof, dass man eigentlich nicht irgendwie übers Dach rein kann. Unglaublich cool. Wenn man sich durchs Dach abseilen könnte. Okay, ich seh den nicht. Wohl, ne warte. Unschlau, wenn ihr da alleine hingeht. Die Tür ist gewetcht. Ich glaube, ich gehe mal einen anderen Weg rein. Als hier oben durch. Putze! Ingenieur in! erst aus das Tor! Ingenieur in! Was? Mient� Zu hier hin. Die Tür kann das nicht. Mit Unter sollen auf. Dann ist es hier. Mein. Dies mit dir. Die Tür, Fuß dir checks dann auf. minha Bei mir kommt im Blick. Böber da Treppe. jap. Die Tür ist offen und kann gut da drin sein, im Container drin. So down? Threat down. Oops, sorry. Oh. Oh. Open it. Use the stingers to clear. Red team. Open the door. Clear with stingers. Stay around. You're with us now! Police, get your hands up. Get your hands up. Nothing here, sir. Roger that. Medical assistance is standing by. Blue Team. Okay, kein Türstopper mehr. Split and provide cover on this door. Two Entry Team. Great work, Entry Team. Keep it up. Was macht die Musik gerade? Hands up, do it now! Ich hab bestimmt irgendwo eine Waffe übersehen oder die anderen. Aber gut, ich hab ja die ganzen Container eh nicht durchsucht. Police! Down on the ground! Das heisst... Wir müssen eigentlich nachher sowieso nochmal das ganze Gelände durchsuchen. Cena. Die Tür ist getwretched. Dies. Hands up! Down on your knees! Arrest him! müsste theoretisch eigentlich hier draussen dann alles safe sein ich hoffe es ich hoffe es gut von dort drinnen kann natürlich jemand kommen wenn er durch die Tür läuft aber wir könnten natürlich ich weiss nicht ob es schlau ist einen Zugriff durch diese Tür hier drinnen machen einen Zugriff durch die Tür links zusammen und nur das Ding reinwerfen gut hier ist natürlich niemand aber trotzdem würde ich jetzt mal sagen mit dem Granat wir versichern nachgeladen habe ich und blau geht dann hier rein blü blü so ist noch ein vorraum Okay. Ich hoffe, dass die mit dem Granatenwerfer hier nach draussen schliessen. Dann würde ich nämlich sagen, öffnen mit Granatenwerfer und dann Zugriff von beiden Teams. Okay, ich lasse die. Lassen wir die einfach liegen? Wahrscheinlich, es sieht so aus. Nein, die eigentlich durchlaufen, die Leute hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was ist passiert? Leute, habt ihr jetzt einfach wirklich alles gesichert? Element. Element. Search the room for contacts. Ich habe es. Ich habe es. What the fuck? Wirklich? Okay, es hat noch ein paar Leute. Okay. What the hell? Die haben jetzt wirklich alles gesichert. Das Leben noch alle. Das Leben noch alle. Wow. Nice. Okay. Ich zeige mal kurz. Ich zeige mal kurz. Ich zeige mal kurz. Oh. Ich zeige mal kurz. Oh. Ich zeige mal kurz. Oh. Ich zeige mal kurz. Es kann auch gut sein, dass da hinten Leute sind. Da hinten. Das habe ich noch nie gesehen. Hier, dass es noch weiter geht. Okay. Hier sind also die ganzen Gleiter für die Leute. Holy shit, wo geht es hier lang? Okay. Okay. Ein Team bleibt hier, bitte. Und das rote Team kommt mit. Ich hoffe, ihr habt alle Leute eingebuchtet, die hier zum Einbuchten waren. Denn ansonsten werde ich jetzt schon überrascht. Okay. Das verbindet wohl die beiden Container. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Nirgends hin. Ey, das war jetzt wirklich ein guter Zugriff. Schnell rein, ohne damit sie wirklich realisieren können, was hier passiert. Das war unglaublich gut. Das war unglaublich gut. Ich glaube, das sind ja noch Leute am Leben. Das sind wahrscheinlich noch nicht alle gesichert. Kann auch gut sein. Deswegen wird ja noch nicht gezählt, dass alle Leute safe sind. Das war ein guter Zugriff, wirklich, wie gesagt. Sie geimpft? Open it, Use Stingers to clear. Entry denied. Ich habe das Ding, die Tür aufgeteilt. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Geht in die Boden, jetzt! Ich bin auf der Leiste. Okay, das ist der Witch. Nein, nein, nein! Endhaft! Fuck! Oh Gott! Diese Mission macht mich verrückt. Diese Mission macht mich verrückt. Ich habe nicht nur das Mal vergessen, die Leute in Therapy zu schicken. Gut. Die Mission macht mich verrückt. Alter, ich habe das ganze Magazin da rein geballert. und er lebt noch und er hat die Waffe hochgehebt, hochgehoben in der Tür Ah Mann ey ist das bescheuert So kann ich die Leute gerade nicht auswählen Naja gut die Mission ist echt hart ich will gar nicht wissen wie hart die Missionen im DOC sind Ah Gott wir hätten es schon wieder fast geschafft aber fast ist leider nicht ganz naja bis zum nächsten Mal beim Versuch 5 glaube ich bis dahin haut rein Tschüss drop the gun und let her go I'm not going in so are you ready noch ein bisschen bis zum nächsten Mal Vielen Dank.